um ich bin schon ein Turm um halt Stellung schieß es wir sind vor Ort die WC-Action hier hat man von ihr unter war ein mehr natürlich nicht alles für Gegner Ich bin gleich tot, lass mich weg Uah, MG Oh, die kommen hinter uns, ey Oh mein Gott Dann beschützt mich Ja, von der anderen Seite kommen auch noch welche Gut so, Leute Jetzt suchen wir nach dem Resonator Da, die Tür Boah, das hört sich ganz schön groß an, das Spiel Ach so Aber der war dicker als die anderen, oder? Ja, glaub nicht What, Kick Klop, 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 Klop Klopfer Wo gibt's einen Klopfer? Ja, egal Ja, es darf laufen Okay, Kick mal bei dir die Tür auf Ich hab verkackt Ich glaube, hier geht gleich wieder übelst was ab Ja, was passiert hier grad Oh, von der Seite Ach zu Scheiß Da fliegt irgendwas Ach zu Scheiß Hast du was gesehen? Nein, Mann Krass Da ist irgendwas in der Luft gewesen Da hinten in der Brücke Ich glaub wir müssen da rein Ah, ich will nicht Ah, hier hat sich ein Spalt geöffnet Boah, guck mal hier rein Boah, die kommen aus der Kirche da Oder was ist das? Boah, du müsstest hier unbedingt mal runter gucken Ah, ja Ah, naja Geht lieber an jeder Ecke Ich hab schon wieder so ne Kette hier liegen Ja, sieht nicht schlecht aus Oh yeah, es geht hier rund Ah, wir müssen den am MG da irgendwie ziehen Ja, ich bin unterwegs Ich bin an der Seite, ich krieg ihn Ah, jetzt zieht er auf mich Ja, ich hab mich Ah, du hast ihn? Ja Er ist zu dir gedrehen Ach, ich bin schön schön Uh, da ist wieder einer rangegangen Ah, ich bin immer näher dran Oh, da ist ein teammate von uns dauernd Oh shit, ich bin auch gleich dauernd Wo ist unser teammate? Ich hänge Ich hänge Ich hänge Wie du häng Ja, du bist in dem Ding drinnen Ja, du bist in dem Ding drinnen Ja, du bist in dem Ding drinnen Kann ich mal fragen, wie du da rangekommen bist Ja, wo immer wieder hilft Benutze das Ding mal Ich hänge auch Ich hänge auch Ja, was machen wir denn jetzt? Hast du noch ne Granate oder so? Ja, ja Spreng uns weg Ah, das ist das Überbande Oh, ähm, ja Toll Neiin Nein! Oh, ist das ein ewig Fail! Komm, letzte Quartalpunkt-Clan! Also nichts, da rüberspringen, ey! Oh, yeah! Okay, jeez of war! Boah, wir müssen den Typen am MG erledigen! Okay, den am MG habe ich dauernd! Oh, da hast du wieder in den Rang gebracht! Ne, ich lenke ihn aber ab! Okay, hab ihn! Ah, ja, ist dauernd! Okay! Boah, es ist denn der Typ hier vorne, Alter! Boah, shit! Wow, du bist ja schon reingestürmt! Komm mal! Ja! Ja! Ist er da? Geil! Gut! Sie sind da gerade aus dem Dom gekommen! Oh, ja! Oh, ja! Alles klar! Okay! Verhalten! Ja, Mann! Mit einer Kettensäge wäre jetzt nicht schlecht! Hehehe! Ähm... Komm hier! Ich hab' Granatwerfer aufgehoben oder sowas! Verdammt! Hoppla! Ah, jetzt geht's weiter! Ah, fuck! Jetzt hab' ich meine gute Waffe da, glaub' ich, fliegen lassen! Alles okay? Ja, aber es gibt ein Problem! Irgendwas stimmt hier nicht! Das Ding klemmt! Ich hab' ihn! Sehr geil! Einen davon! Ich check' gar nichts mehr durch das MG! Ahaha! Okay! Ich denk' mal, wir müssen da wieder zurück oder so? Ja, da kommen aber immer noch Badger! Ja! Boah, fuck! Ich war fast tot! Boah! Ich war fast tot! Boah! Ich war fast tot! Ich bin vorsichtig! Ja! Na, ich... Bin hier bei dir! Wuh! Okay! Ey, hast' ne Munitionskiste gesehen? Bei mir, ich hab' keine mehr! Da drin ist alles voll! Fuck! Nee, ich hab' keiner mehr mit dem Spiel gesehen! Ich werf' ne Nate rein! Ich frag' mich, warum unser Typ da schon so reingerannt ist, ey! Das war ne Nate! Vorsicht! Okay! Wollte auch erreichen! Neben dir? Boah! Neben dir! Ich brauch' unbedingt'n Munitionspaket! Wenn ich dann hebe doch von den Gegnern die Waffe auf! Ja, ich... Ich krieg' hier nichts! Angezeigt! Da, jetzt! Bei dir! Da drüben ist einer! Jetzt hab' ich einer! Okay, jetzt hab' ich nicht lang! Ah, warte! Der öffnet die Tür! Er hat den Code, hat er ihm gesagt! Warte! Zurück! Ich glaube, wir haben Alpha gefunden! Schnell! Da hat aber jemand Spaß! Hm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ihr seid! Ah, ww... Da vorne ist der Munitionspaket! Der ist Ben! Ah, du Scheiße! Der ist alleine! Wer ist... Wer ist denn der da unten? Ist der Lebensmittel? Der Nächste! Oh Gott! Das frech' ich mir jetzt aber auch! Ich freu' mich, schieß' die ganze Zeit voll auf ihn! Was? Was? Die Treppen runter! Äh... Die Treppen runter? Wo sind die Treppen? Verdammt! Jetzt ist er natürlich getroffen! Jetzt ist er natürlich getroffen! Jetzt ist er natürlich getroffen! Das ist aber auch klar! In der da so... Oberkuhl rumsteht! Ah... Er dachte so wahrscheinlich, er ist Herkules oder sowas! Boah, das ist doch noch ein Gegner! Wo ist denn der Treppen? Und er steht natürlich! Äh, das steht hier neben mir! Oh mein Gott! Jawoll! Das war klasse, Baby! Er wird dir jetzt einfach fast aufgegangen! Ja, wo Kunde! Ja, Mann! Äh! Tut mir leid!